servus liebe warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben ein neues shop mount pünktlich zu patch 9.1 und das ist die safir wolken fackel hier seht ihr das gutes stück können wir mal hier drauf gehen da sehen wir es ein bisschen größer sozusagen sie erinnert mich vom aussehen so ein bisschen mehr an diese diese greifen von der allianz mit dem hinteren teil einfach abgehackt und da ein schwanz dran ist jetzt halt ein flug mount wie immer mein oder meine kritik an dieser sache ist dass sie oder das blizzard für shop mounts oder andersrum angefangen wenn blizzard neue mount models rausbringt die wir so vielleicht noch nicht in dem spiel hatten dann sind das in der regel shop mounts und das finde ich etwas unglücklich gerade wenn ich jetzt schaue wie viele recolors mal wieder in 9.1 am start sind keine ahnung und dann kommt jetzt und gleichzeitig rausgeworfen was neues model soweit ich weiß hat wollen wir auch mit dem brustpanzer da hinten und dass das auch vor allem auf zwei beinen steht das ist glaube ich für so viecher ist auch eher ungewöhnlich wo hat man das gesehen hier das alte mount glückslack glücks jack june gibt es jetzt weiterhin für 25 euro zu kaufen wenn dieser vier wolken fackel einfach nur so haben will kann sie auch für 25 euro kaufen natürlich sind die neuen mounts nicht in vergriffen in dem summer sale nein was denkt ihr denn auf keinen fall da könnt ihr noch mal schön warten und das vollpreis latzen ähm letzten endes der einzige vorteil an dieser geschichte ist jetzt wenn ihr sagt ihr findet das mount cool und ihr kappt eh immer sechs monate abonnements und ihr kauft euch sowieso in der regel immer sechs monate spielzeit dann könnt ihr euch quasi das paket kaufen und bekommt das mount und hopp obendrauf und habt keine mehr ausgaben das ist jetzt würde ich sagen das wo ich sage das ist noch vertretbar ansonsten jetzt hier so einzeln ich habe ein paar shop mounts ja die ich mir dann meistens im sale gekauft habe aber das gehört jetzt auch nicht unbedingt zu meinen favoriten weiß noch lustig war neulich hatte ich noch ein video gemacht und habe gesagt weiß nicht welchem bodentier sie jetzt als nächstes flügel anklatschen nach dem schwein und der ratte und dem jack will eigentlich noch ein fliegender esel was haben wir noch was ist was komplett absurd was fliegen können da denkst du eigentlich schon automatisch ans schwein ne das fällt mir sogar schwer zu toppen schreibt in die kommentare was das absurdeste mount wäre was wo man noch flügel dran klatschen könnte ich bin gespannt was ihr sagt ich komme gerade selber nicht drauf nun gut wird denke ich jetzt wieder ein paar monate aktiv sein das angebot wechselt ja glaube ich so weiß ich auch alle vier bis sechs monate mal und ihr bekommt zusätzlich halt ihr bezahlt letzten endes für die sechs monate spielzeit bekommt das mount kostenlos dazu und ihr bekommt für burning crusade classic ein spielzeug obendrauf wichtel in der kugel ist scheinbar so unwichtig dass es nicht mal groß beworben wird zumindest nicht mit dem bild und ja so ist es in diesem sinne schreibt mir in die kommentare würdet ihr euch das denn kaufen ja nein vielleicht ich mag orcs wer weiß in diesem sinne lasst gerne ein like und ein abo da wenn euch das video gefallen hat bis zum nächsten video bleibt vor allem gesund habt viel spaß mit 9.1 spielt nicht zu viel an euch rum hände immer über der decke lassen und damit bis zum nächsten video reingehauen bis zum nächsten video bis zum nächsten video